Ich habe noch keine Ahnung, das ist gleich aufgeschrieben bei mir. Okay, und wenn ihr, sagt einer noch, herzlich willkommen zur Stadtland-Servus, Merhaba, Herzlich willkommen zur Stadtland-Weihnachten. Wir geben unser Bestes und ich hoffe, ihr habt Spaß. Okay, einer muss A sagen. Und A, G. Du kannst auch was auf den Geschosschreiben. Also du kannst auch was auf den Geschosschreiben. Vielen, vielen Dank. Können wir das rein? Können wir das rein? Dann muss man Stopp sagen und ein Pärchen sagen. Ja. Stopp. 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 Das ist gleich aufgeschrieben worden. Ja, aber ich hab zuvor aufgeschrieben. Nein, du liegst in der Achtung. Ey, ich hab doch gar nichts mehr. Ich hab doch gar nichts mehr. Okay. Und Oli? Was hast du bei... Was hast du bei Lasbe Geschenk? Geld? Gut. Ich hab einen Game Monitor. Ich hab Gläser. Also, die ganze... Gläser? Gläser? Gläser gibt's nicht vorgeschrieben. Nein, komm. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weihnachtslied. Ich hab Basis. Ich hab Basis. Aber ich glaub, das fängt gar nicht damit an. Also, ich will's gar nicht sagen. Ich hab's beschrieben. Ich soll's mich hier planieren. Ich hab auch nichts. Du hast versucht. Nee, ich hab echt nichts. Das ist falsch. Das war quasi Django-Badds. Nein, das ist falsch. Schäftigung? Großmutter besucht. Ich hab bestimmt Golf spielen. Golf spielen. Golf spielen. Jetzt geht ja Indogolf. Keine... Keine Golf. Indogolf. Ja. Mach du auch deine neue Game-Mologe. Hast du auch Golf. Golfball hast du bestimmt. Bei Geschenken Golfball. Bei Weihnachtsessen ist es richtig gut. Was hast du bei... Gans. 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 Richtig schön. Super glattig, ja? Gans. Und du? Nein. Ja, gut. Krillteller. 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 So gut. Sehr gut. Krillteller. Ja. Wir fahren mal grobe, gelbe. Gut. Das war's. Ja. Nächste Ausstabung. Hallo? Ja, so drei Wurmen. A, drei Wurmen. A. Stopp. Z. Was? A, B, T, D, F. Ja, ja, ja. Das war so schlecht. Soll ich nochmal? Ja, danke. Ja, okay, schon. Warte, ich mach nochmal. Oder? Really? Soll ich nochmal nochmal? Ja, das ist schwierig. Aha. Ich bin... Stopp. Okay, danke. Hallo, gut doch nicht. Ich hab mal reis. Bei Weihnachtssilern vielleicht auch mal eine andere Sprache zu lernen. Englisch. Ja. 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 Kennen wir keine. Vielleicht auch Spanisch. Ah! Stopp. Stopp. Hallo. Das reicht nicht. Also bei den Geschenken hab ich Feuerzeug. Ich hab Fußball. Ich hab Freitickets. 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 Ja, das ist richtig. 0,0. Dankeschön. Freitickets. Sechs. Und hab ich nichts. Fußballkugel. Fussballkugel gibt's. Golfkugel gibt's nicht. Ja, Fußballkugel gibt's. Hallo. Also, Golfkugel gibt's. Meine Mama, meine Mama, meine Mama hat eine Fußballkugel. Siehst du? Das ist richtig. Siehst du? Ich auch. Also, Tor. Guck. Ich habe eine Fußballkugel gekauft. Ich hab Fals geschrieben und ich hab die Golfkugel geschrieben und dann kriegst du mich mal auf der Kugel. Ja, aber läuft, weil... Schau, schau! Ja, das ist aber kein... Guck mal, da gibt's sogar Menschen und guck mal, da gibt's sogar wieder... Ja, hast du da einen Punkt. Also Lied hab ich nichts dazu. Ja, ich hab auch, aber ich hab falsch gespielt. Ja, nicht zu stimmen. Das zählt trotzdem. Dann wäre erzählen. Ein Punkt für mich. Beschäftigung. Feiern. Freunde treffen. Ja. Vergeltung. Ja. Und der Grenz. Und am Weihnachten haben ich früher noch. Dich auch? Echt? Hast du gespielt? Nein. Das ist halt voll. Ja. Scheiße. Okay, letzte Runde. Ja. Ja. All the way. Die Sonne auf dem ich, ja. Okay. Und los. A, stopp. B. Ja. 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 So. Ja. Ich mache mal Stopp, oder? Nein, noch nicht. Das passiert schon wieder. Okay, Stopp. Also, was hast du mit dem Geschenk? Stopp. Bademantel. Ich habe Ballen. Ja, viel Job. Ich habe die falsche Geschenke. Was willst du mit? Ich habe Ballen. Ich habe Ballen kuchen. Besuch eine Familie. Achso, besuch eine Familie. Ja, das ist okay. Nein, das ist meine Stimme. Natürlich so wenig. Ich habe Berger. Ich habe Brat. Jetzt habe ich noch einen Kopfballer. Ich habe immer Wanken. Spannend. Ich habe einen Burrata. Burrata. Ja, also der Gewinner ist wahrscheinlich was. Ihr habt zusammen 10. Ich glaube ich habe gewonnen, ja. Ich glaube, es ist uns und bist dann gleich. Es ist 5, wenn ihr beide was habt. Also wenn ihr beide das gleiche habt. Wenn ihr 10, wenn ihr beide was anderes habt. Und 20, wenn der eine was hat und der andere nicht. Fähig für wir selbst ein Bruder oder? Was hast du noch? 5, wenn ihr beide an? Ja. Was haben wir denn? Wir haben beide. Feliz Navidad damit zweimal. Ich finde. Fussballkumpel hast du auch. Aber die. Ich habe beide dann was. Los hast du? Ich denke, dass du auch dabei warst. Ja, war ein bisschen schwer. Nicht meine Sprache. Wie ist es noch sagen? Aber nächstes Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal. Ich habe auch 10. Nächstes Mal. Läsern. 10. Glasekugel. Nicht zu viele Views, aber dann bin ich gut. Ich bin auf den Kopfkugel. Glaub ich auch. 10. Grossmutterbesuchung. 10. Feiern. 10. Frikadellen. 5. Gats. 10. 10, was gibt es schon? 95 20 10 20 30 40 45 Maxi hat gewonnen Maxi Glückwunsch sehr gut gewonnen Danke 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 Danke